Muscheln sammeln ist nicht nur ein Urlaubshobby. Für die Restauration der Renaissancegrotte Dietrichsruh oder Herkulesgrotte im Zentrum Salzburgs werden ca. 7 kg Muscheln benötigt. Und die Organisatoren brauchen nun die Hilfe von den Salzburgern. Bereits in den 1950er Jahren wurden die Salzburger aufgerufen, möglichst viele Muscheln zu sammeln. Leider kamen damals diese Muscheln, die damals alle gesammelt wurden und wirklich abgegeben wurden, kamen leider Gottes nie zum Einsatz. Wir haben jetzt gesucht, ob diese Muscheln noch irgendwo gelagert sind. Nein, die sind nicht mehr gelagert. Und jetzt brauchen wir wiederum die Bevölkerung. Also wir suchen einfach alle, die in den Jahren zuvor, vielleicht von Kindern noch, die mal ausgezogen sind, oder vielleicht die vom letzten Urlaub noch Muscheln zu Hause haben, die passen. Gesucht werden vor allem kleine dreieckige Muscheln und größere Muscheln, die innen hell sind. Die Muscheln dürfen jedoch nicht frisch aus der Adria gesammelt werden, da dies inzwischen vielerorts verboten ist. Die Renovation der Grotte aus dem 16. Jahrhundert soll rund 250.000 Euro kosten und noch bis Herbst pünktlich zum Rupertikiertag, dem Domkirchweifest, am 24. September in Salzburg fertig sein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.